äh, ja gut so, hallo bei KuchenTV, wir sind hier äh, also verlassen Seuchenkranken aus und brechen hier grad gar nicht ein. Ja, wer ist dann schon nachher schon eine Verwirft hier rein zu kommen? Ja, sieht gut aus. So, wir sind jetzt hier perfekt ausgerüstet und, also mit Waffe und fast Gier, etwa so wie er hier, falls wir noch so haben. Leute, mal guck mal her, mach mal Licht. Ja, ich hab nichts. Ja, sieht man schlecht, aber er hat eine Gasmaske, weil es ja in solchen Haus. Und Kniebeinschoner. Hä? Ja. Oh, ich muss noch irgendwie auf Licht drücken. Ja, ich soll ja Licht da machen. Ey, ne, wie geht denn das alles an? Auch mit Knackern natürlich auch in der Hand. Eine Frage, ist es hier wärmer als Haus? Ja, hier ist es wärmer als Haus. Ja, gehen wir mal los hier. Schlecht sieht man nicht viel. Ja, ey, 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 alter. Vielleicht muss man hier irgendwie Licht mal was anmachen, dude. Ja, wir hatten eben gerade so ein kleines Problem und zwar glauben wir, dass uns Leute gesehen haben und wir nicht glauben, dass es ganz legal ist. Ich verkaufe übrigens diesen Ofen hier. Mit dieser kleinen, oder etwas größeren, fast halen Küche, falls man das sieht, so ein bisschen. Und hier ist noch ein Backofen. Junge, ist das kalt, ey. So, ja, das verkaufe ich übrigens alles. Ist da wer? Ja. Ja. Ja, ja. So, hier. Ich verkaufe noch eine zweite Küche. Die ist auch fast nicht angebrannt oder so. Hier ist auch noch alles da. Uh, gruselig hier. Ist da noch wer? Ja. 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 Ja, gar nicht. Wir sagen einfach, wir drehen hier ein Video. Einen Splasher-Film. Hier ist auch noch so ein etwas lieferes Loch. Jetzt nehme ich halt da meine Kamera nicht rein und das Waschbecken. Hier verkaufe ich übrigens auch. Ja. Eine Bierflasche ist eigentlich abgeschlossen und alles, aber... Ey, was macht ihr denn? Die besten Freunde, Nico, Manu und Andy. Ach ja, und Mariano. LOL. Die waren hier am 13.06.2004. Ja. So. Und jetzt? Ach, das ist mein Wasser. Also alles. Nein, das ist mein Wasser. Mein Handy ist denn hier drin. Ja, hier, komm mal hin. So. Guck mal, das ist voll antik schon. Das ist von 2004 das Ding. Ja. 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 Hier ist dann übrigens noch so ein verlassenes Badezimmer. Mit fast ganz sauberer Dusche. Und... Keinem Klo. Ach doch da. Einen. 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 Und hier ist dann noch so ein altes Visoir. Das können wir auch verkaufen. Und das ist Lukas, den verkaufen wir auch. 50 Euro. Ist das auf Facebook? Nein, auf YouTube. Nicht auf Facebook. Ja. Ich teile das. Ach, da sind nicht die Brüllen. Ja, und drüben. Der Unter sieht das schon nicht. Ich verlinke dich nicht. So, wir gehen jetzt in den Keller. Da unten. Man munkelt ja, dass da unten auch eine Leichenkammer ist. Aber... Sieht nicht so aus. Ja. Ja. Äh... Ja. Äh... Okay. Ja. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Schönen. Ja. Ja. Die. 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 Du hast keine Leichen gelagert, du Spast. Guck mal, hier steht doch schon guten Morgen. Das kann doch gar nicht schlechtes bedeuten, oder? Hä? Ist da irgendwas, was man aufnehmen muss? Nein. Das siehst du doch von hier gar nicht, du komische an. Siehst du oben? Ja, nö. Ja, ich hab 63 Grad Kameras. Guck mal. Ist da irgendwas? Nein, ne? Guck mal, du hast doch im Weiten geh nichts. Lass mal hin. Oh, nee, kein Wort. Ja, doch, klar, dann klären wir uns jetzt auf. Nein. Machen Sie auch Zeit. Oh, Junge, hier ist ein Rüftungsschicht. Junge Rüftungsschicht, hier ist ja in einem Keller, ist ja total unloblich. Eigentlich, dass das so eine Falle ist und ich hier an der Vergraßen worden. Ich weiß, dass die Leute reingangt, um sich zu interessieren. Scheiße, das könnte sogar stimmen. Um es da abzuwaschen. Ja, das könnte sogar wirklich stimmen. Ich hätte ja nicht für weiter. Ja, nur was wir wollen weiter, Digga. Es ist doch... Wir haben es für nur noch Video, wenn wir sterben. Wir haben es für nur noch Video, wenn wir sterben. Also, man kann sich hier gar nicht vorstellen, dass das irgendwann mal in Betrieb war. Genau, deswegen kann man sich vorstellen, dass wir hier noch mal lebend rauskommen. Okay, hier ist ein rauskommen. Oh, hier ist Licht. Ey, genauso habe ich das gefreut, so ähnlich auch so, dass es größer ist, ne? Nur so als... Alter! Das sieht man ja da ganz schlecht, aber hier sind riesige Tanks. Und ich will nicht, welche Bakterien da drin wohnen. Das kann man ja da gar nicht erkennen, weil Licht ist so schwach. Ja. Dann wollen wir mal weiter hier. Puh. Der ist nicht so schlimm, Alter. Warum denn nicht so schlimm? Ich habe es auf der Leutung. Ich bin jetzt wieder hoch. So. Okay, hier geht es sonst nur noch hoch und irgendwo anders lang. Ja, dann sind wir im Keller. Denkst du, die haben keine Angst im Keller? Boah, ich kriege ständig die scheiß Zoom-Taste hier. So. So. So, hier sind wir dann. Ähm. Wow, kalt, ey. Die sind im Kreis gegangen. Doch, die sind im Kreis gegangen, oder? Ja. Ja, dann ist es nur so ein Kreis hier unten. Ja, das ist ein Kreis. Ja. Hier sind wir hergekommen. Ja. Guten Morgen. Achso, warte, wenn wir von hier gekommen sind, die kommen da jetzt wieder raus. Nein, wir müssen zurück. Wenn da Guten Morgen steht, das habe ich hier auch genommen. Wir sind da durch. Scheiße. So ein Trick aber auch, äh. Ja. Hier lang, oder dann? Ja. Ähm. Ja. Ja. Ah, doch, das ist hier oben. Ja, doch doch, 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 doch. Oh, der Ausgang. Oh, ich meine. Boah. Ja. 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 Ja, ich habe wirklich jedes Fenster hier verschlossen, ob man da hin kann oder nicht. nicht. Aber schönes Spielgebiet für Ersthafte eigentlich. Also nicht, dass wir das tun würden, aber vorstellbar wär's. Was ist das so schlimm? Ja. 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 Ich dachte, wir wollten auch irgendwelche Sachen vergessen, aber... Ja. Ja. Ich hoffe, man hat's gesehen. Ja. Wir haben ganz gemen. Alter! Geh weg, meine heiße Frau! Geh weg, du mein! Äh, Peter? Nein. Doch. Aber nicht wo, Alter wohnt hier nicht mehr, oder? Glaube ich nicht. Mal kurz filmen, falls wir erwischt werden. So, in Ordnung haben wir alle Waffen dabei. Die funktionieren, oder? Was hat die hier eigentlich gemacht? Ich hab die Kamera leider gerade geschlossen, aber... Drücken wir nicht auf Licht, ey, drücken wir da auf Leid. Da ist ein klein Knopf da. Ja. So, da waren auf jeden Fall zwei Sachen, wo Penner sein könnten. Alter, Pflanzen, Junge! Oh, schön, dass man immer alles sieht, auch... Oh, du Scheiß-Summetassen, ich krieg die Rocks-Raisen, ey. Oh, da oben, weil ich nicht mehr hochgehe. Ich hab kein Stück mehr hochgehe. Ja, was ein Killer. Da oben. Ich krieg mir vor nach unten den Krachen. Lol. Das muss aber schon lange da sein, weil da wachsen schon Pflanzen, und, äh... Fällst du mir vor oben durchschlitten. Ah. Kann man ruhst? Ganz klar Cannabels. Ja, nee. Wem nicht? Das ist doch kein Cannabels. Das ist doch kein Cannabels. Was hast du groß, Frau Schaust? Was hast du denn auch ein kleiner Schub gefahren? Ich höre nicht, Junge. Hier ist alles nur keine Einstürbgefahr. Man sieht gerade nur schwarz, aber hier ist auch gar nichts Besonderes. Da ist auch irgendwas an der Decke, pflanzen oder so. Ne. Ha. Er hat schon wieder zur Gruppe aufgefangen. Die O. Ja, nicht wir genau. Wir sind keine... Also, bis auf diese Penner, da hat mir bis jetzt alles gefallen. Also, schille ich hier. Oh, deine Mutter ist eine Einsturzgefahr, Mann. Ja, falls irgendwer Türen braucht, ich verkaufe eine Tür für 25 Euro. Sind auch ganz nette und noch saubere dabei. Hier ist anscheinend man als Badezimmer gewesen mit einem Pocken-Klo. Was ist denn das? Leute, die sind hier anscheinend schon auf dem Dach. Was ist? Piedermauskot. Was ist das? Was ist das hier? Nein, das ist scheiße. Es geht nicht mehr. Piedermauskot. Normal, dass ich Piedermauskot habe. Was? Echt nicht keiner. Jungen, jungen, jungen. Jungen, jungen. Der heißt für die Brötter. Na, ist das. Na, was ist denn? Die Tauben sind jetzt. Unten lagen auch Taubenfeinden. Ja, gestern. Schöne. Das war glaube ich kein solchen Krankenhaus, oder? Das war irgendwie...irgendwie voll nicht so... Ich stehe erstmal ganz kurz auf. Er hat auf jeden Fall viel Spaß mit Bier. Und Batterien. Schau mal, ein sanfter Blick nach draußen. In diese freie, freie Welt, wo gerade DPD steht. Tim? Hä? Wird das noch nicht dabei, oder? Was? Tesafilm? Was mit Tesafilm? Na, hab ich nicht dabei. Wanns? Das war's eigentlich schon, was ich verkündet habe, oder? Eigentlich nicht. Ganz unten. Also, erst ein Schock noch mal. Hä? Wir laufen schon. Den Hüsten muss ich mitnehmen. Ja, natürlich lass ich an. Was denkst du denn? Boah, ey! Dicker! Boah! Boah! Hä? Was denn? Verkaufen wir auch mit dem Tür. Mittag, wir haben von Kugeln. Ja, da hat doch irgendwer gespielt. Äh, Felix und... Leider ist das Felix. Hat gar nichts mit unserem echten Namen zu tun, aber... Ey, da ist das Loch. Hier ist das Loch. Da ist noch ein Loch nach unten, also da geht es ganz unter. Und hier nochmal wunderschöner Blick. Ja, wir können sie nicht genießen. Mal zur Aufnahme für das Beweispoto für die Polizei. So, jetzt nochmal, äh, Batterie, weil kurz alle... Äh, die beiden Penner da, nur so als Beweispoto für die Polizei, falls sie uns umbringen wollen. Kommt eventuell in Frage? Alter, nicht, dass sie mal in die Tasche geklaut haben. Und wenn nicht? Ja, du kannst mich auch Tüm nennen, Jungeleiz. Ja, ach, das wissen wir schon. Scheiße, was auch... Ich muss mal Pickel nach Hause. Ich lass mal... Da kann man mit runter, ich muss gucken, ob meine Tasche noch da ist. Ich muss auch gucken, ob meine Tasche noch da ist, Digga. Du fällst mir in den Rücken wie ein Barschwein. Licht ist da, man sieht leider gerade nichts, weil wir eben noch nach unten müssen. Nein, oder? Nö, gar nicht. Alter, das ist der Kett... Ach, nee, mir geht's aber einfach nach unten. Alles klar, ne? Scheiß, wir holen. Wir haben Eingang. Wenn das Penner sind, sollten wir nicht mal zu den Geh, nochmal Bescheid sagen, dass wir nichts klauen. Wir sind hier noch getroffen. Ja, ich weiß. Ihr habt doch schon gesehen. Äh, hier waren wir noch nicht lang gegangen. Hier lang. Hey, hey. Lass mal dem Penner Bescheid sagen, dass wir nichts Böses wollen. Als ob die uns schlagen würden. Wir lagen. Ja, nein, aber so, ich meine, wir müssen uns doch nicht vom Penner verstecken. Vielleicht können wir ein Interview mit den Türen. Das wäre natürlich für mich hier. Alles ist kaputt gemacht, ey. Alles ist kaputt. Hey, guck mal. Guck mal. Nur an, weil ich nicht mit der... Ich hab nichts zu verbehren, ne? Hey, hier ist noch ein... Hey, hier ist noch ein Zweifel. Weiterkeller. Ach, nee, ist der gleiche, ja. Was soll das sein? Mach auf. Verdammt. Haben wir ein paar Ketten dabei? Hm, aber... Was heißt Dearsing? Noch? Was heißt Dearsing? Gefahr? Ja. Deswegen in Deutschland schreibt man nur mal Dearsing an die Türen und statt Gefahr. Denkt ihr nicht? Ja, dann los, oder? Irgendwie will ich da ja durch. Da war bestimmt mal so ein Schiebetür. Ich könnte nur was machen. Oh, ein Nazi-Kick oder was? Regen nicht, weil wir ausreiten. Ja, ich kann Nazi-Kick. Oder generell gegenkicken, keine Ahnung. Hoch ausheben kann man nicht. Okay, rein mit den Pennern. Ey, Felix, wenn die Penner nochmal kommen, ich sag dem Bescheid, dass wir denen hinzu, ne? Weil die sahen schon nett aus, sonst würden wir den Dipsch lagen. Vielleicht kennt die ja in einem Haus. Ja, nein, eben doll. Nein. Hier ist ja nochmal so ein Badezimmer. Hoffentlich hat Brandon alleine keine Angst. Aber wenn die schon Penner leben, dann haben die auch keine Angst. Äh, dann... So, wir haben hier nochmal, äh... Das ist alles hier sicher. Ganz sicher. Ja, nein, nein. Äh, da ist schon ein Bade, Alter. Uff, noch Bierflaschen und so, das ist alles, äh... Ey, lass nochmal zurück, lass nochmal die Tür. Meine Batterie ist in sechs Minuten oder so, Alter. Was ist das hier? Das ist der gleiche Keller nochmal. Ja, sorry, das sind jetzt immer die so unterbrechungen, wenn dann gerade mal so der Strom ausgeht. Was ist das hier? Äh, äh... Äh... Jetzt noch mal mein Gesicht, damit hier auch wisst, wie ich aus sehe, vor allem die dies noch nicht wissen. Was ist los? Wo seid ihr? Ja, die Lampen hat doch funktioniert. Hä? Was ist da? Die Lampen hat doch funktioniert. Oh, cool, Junge, ne Lampen. Ey, komm mal runter. Warum? Gruselig. Alter, wir haben einen Schatz gefunden. Ja, leider. Keine Station, naja. Kabel. Hier ist doch wieder so ein bisschen... So, tun wir wieder... Oh, cool. Hier geht's dann auch nochmal raus. Die Freiheit, Leute. Verleben. Verleben, los? Nein. Verleben, verleben, Leute. Ich will schon... Doch, hör auf, man, ihr muss leben. Lass mich, das ist ein letztes Leben gewesen. Ich will den Film, ich will den Film. Nee, das ist doch so. Das ist so. Das ist froh. Lass uns mal hoch auf der Steigtür. Lass uns mal aufbrechen. Ja, los. Ja, kann man auch hier im Keller rumzuhängen. Weil ich höre, Frau, die Penner kommen hier rein und schließen die Tür zu. So. Sorry, falls die Kamera gleich wieder ausgeht. Lass das Brecheizen, jetzt das Brecheizen. Falls die Kamera ausgeht, sage ich nochmal Tschüss. Weil... Was ist denn, was gerade noch hatte? Ja, war nur falls. Also noch geht das Video bestimmt. Hey, komm mal, Brecheizen. Vielleicht sind wir Batterien. Brecheizen. Sagt man das? Das bin ich. Ey, lass mal Brecheizen. Draußen Auto, oder? Ja, wo ist ein Auto? Ah, hol dich rum. Oh. Wollen wir nicht eine Runde spielen oder sowas? Nein, doch nicht hier. Nein, nicht hier rund sonst, Digga. Alter, willst du mich... Ja, doch, lass doch nicht. Ich war offen, keine Sorge. Jenny, Koma... Ja, lass mal offen. Ja, ach Junge, da waren wir eben schon. Ja, wir brauchen das Brecheizen, wir brauchen das Brecheizen. Na ja, ja. Dann brechen wir alles. Dann brech du doch mal, brenn gegen ihn. Ja, da wollten die, hab ich schon auch schon was. Zieh mal auf. Ich bin voll raus. Moment, noch mal, Digga. Doch, doch. Ich bin kurz, wir müssen jetzt auf ihm. Mit dem was? War wir hier schon? Na ja, da waren wir schon. Nein, ich hab keinen Bock. Also auf jeden Fall waren wir noch welche, die wir bevolle... äh... fahren. 2004 waren da welche, da stand an der Tür. Am 26. irgendwas. Die Leichen sind leider nicht zu voll geworden. Gibt doch keine Leichen hier, Mann, Junge. Du Schmalzlocke, Alter. Muss doch, Digga. Mario, falls folgende Leute das Video sehen. Ah, keine Ahnung, Tobi, Annie ist aber durchgestrichen, Nico, Mariano, Nico, Nico, wir sind alles Mutterficker. Unten blaues D. Jetzt können wir Haarschleisch stümen, wir haben Recheisen dabei. Sag, hallo. Sag, hallo. Brauchen wir auch nicht aufmachen? Nein, brauchen wir auch nicht aufmachen. Da ist wahrscheinlich nur irgendeine Seuche dahinter. Aber wir sind ja auch so verriegelt, ne? Da, ey. Ja, keine Chance, Digga. Das war abmachen. Junge, jetzt bist du cool. Ja, da steht ja was Wichtiges. Braunschweig, Alter. Da ist nur ein Schild dahinter. Es ist nicht hier. Ja, es ist ja auch. Ja, kann leider nicht mehr sehen. Schade. Ey, versuch doch mal. Versuch doch mal, ob ich die aufzeigen. Ja, nochmal, Alter. Ja, nice, Alter, du bist ein Kenner. Ne Kenner bist du. Ich kann das ausheben. Aber oh, egal. Das sieht gar nichts. Unten auch nicht. Nee. Ja, lassen wir einfach mal. Komm, jetzt scheiß auf dich hier. Wir können ja irgendwann später nochmal herkommen. Juni, lass mal anrufen, gucken, was wir hier zu suchen haben. Mach mal ich, weil ich so schön bin. Oh, Juni, die schmeckt gut an der Waffe, tut aber auch mal zu mir am Halt, ey. Juni, hast du nicht gelernt drüber. Dann hörst du doch so auf, Mann. Polizei und Rettungsdienst kommen bald zu ihr anrufen. Soll ich nämlich eine solche Feige zu sehen, macht die Polizei alles, um es aufzuhalten. Hör mal auf, Juni. Ja, los, wir rufen da an. Klingelstreich. Wieso nicht? Das ist doch so unbekannt. Ja. Ja. 3, 5, 4, 8, 0. Warte nochmal, sag nochmal. 0, 5, 3, 1. 2, 3, 5, 4, 8, 0. Gut. Bitte anrufen alle und sagen, wer dran geht. Die Tür verkaufen übrigens auch, die ich noch fast ganz heil ist, nur ein Stück rausgebrochen. Großes Stück. Unnötig. So. Hör mal auf, Juni, Alter. Das ist immer leise, du Detten, Juni. Ja. War nur ein Brett, tut mir leid. Verkaufen wir nicht. Du bist so ein Dulli, man sei noch lauter, ey. Was hast du denn für einen Akku? Keine Ahnung. Socken, Alter. Ich will spielen. Ja, ich hab nicht umsonst meine Waffe wieder mitgeschleppt. Ja, ich hab nicht umsonst meine Waffe wieder mitgeschleppt. Ja, ich will so ein Scheiße. Dann bin ich ja. So, ne gut, eure Batteries leider leer. Also verabschieden wir uns. Das war ein netter Ort hier. Wir versuchen zu überleben. Und sehen uns dann später. Haut auf. Vielleicht geht's ja jetzt noch ein paar Sekunden. Oh, ich hab Tschüss gesagt. Hier steht dann übrigens noch. Schmaß.